Jo Leute, herzlich willkommen ihr TryHards. Willkommen auf unserem Kanal der TryHarders und mit dabei haben wir zwei Gäste, den Marius und den Teelassen. Die sollen sich jetzt vorstellen. Also, ich heiße Marius und ja, wie ihr wisst, spiele ich Black Ops, aber meistens an den Konsolen und ja, Computers sind noch nicht geübt und wir hoffen, dass euch das Gameplay gefällt. Es ist halt noch nicht so gut, aber es wird noch besser. Und ja, jetzt kommen wir zum zweiten Gast, den Silas. Hallo, ich bin Silas, mein Hobby ist Fußballspielen und ich bin 14 Jahre alt. Okay, ja, ich bin Marino, ich bin auch 14 Jahre alt, mein Hobby ist Zocken, Longboard fahren und auch Fußballspielen und der Marius ist hier der Jüngste, der Elfi, aber er ist auch ein Geliger Typ und wir spielen hier auch hauptsächlich Call of Duty auf dem Kanal und das Hintergrund Gameplay, ja, es ist eben so ein bisschen eigentlich Konsolenspieler und ich habe noch keine Elgato, dann kann ich das nicht aufnehmen und ja, auch ein bisschen riecht. Aber ich glaube, das reicht zwar fürs Erste, dieses Gameplay meine ich nicht, das zu tun. Und ja, was wollen wir jetzt reden? Also, wir kommentieren, wollen wir ja ein bisschen was gehen. Also, wir sind ein bisschen behindert, aber egal. Also, ich bin hier übrigens mit der Friedensstifter mit Schaden von Zielen oder Schaft. Und ja, wir müssen näher ans Mikro, weil mein Headset liegt ja jetzt so behindert. Und jetzt bin ich gerade richtig behindert gestorben im Spiel, aber das seht ihr. Und ja, wir wollen gerade in der Schweiz weiter mit Stolz. Egal. Und ja, wir lieben Deutschland. Ja, wir mögen Deutschland und wir haben hier einen Halbdeutschen. Der soll jetzt mal ein bisschen was... Hallo! Der Silas, genau. Der ist deutsch, halbdeutsch oder irgendwie so, keine Ahnung was, wie viel deutsch. Ist mir eigentlich auch egal. Er ist auf jeden Fall ein Ausländer. Ein sexy Typ. Oh mein Gott, ist er sexy. Okay, egal. Ich sage jetzt mal nicht, was er gemacht hat. Und ja, mein Bruder ist auch noch hier im Hintergrund. Er soll jetzt auch noch was sagen. Ah! Okay, der spielt auch Kankalo. Und ja, falls es euch interessiert, mein PC werde ich euch mal unsere Beschreibung erkennen. Und ja, wir lachen über jeden Scheiß. Das müssen wir auch wissen. Ja, wir wollten eigentlich nicht so lachen, aber es ist normal. Ja, das kommt vielleicht ein bisschen gut an. Es ist normal, weil drei, vier Jungs sind ja. Es ist einfach so. Ja. Und wir machen jetzt die Party. Und jetzt ist es 22 Uhr, ach du weißt ja, es ist 22 Uhr 40. Und das Video wird wahrscheinlich nachher noch online kommen. Aber ich weiß es jetzt gerade noch nicht. Ich muss es nachher zuerst noch schneiden und so. Und ja, ich hoffe, dass euch dieses erste Commentary mal ein bisschen ein, was wir hier machen. Also wir spielen hier auf dem Kanal hauptsächlich Black Ops 2, weil ich auf dem PC nur Black Ops 2 habe. Aber vielleicht kommt auch vielleicht, also wirklich vielleicht mal DayZ oder Arma 3 oder Warface oder Gold Simulator. Oder vielleicht sogar Minecraft. Ne, das denke ich jetzt nicht. Aber das sehen wir dann noch, was ihr dann so wollt. Und falls es euch irgendwie interessiert, irgendetwas, keine Ahnung was wir, keine Ahnung was ihr wollt. Könnt ihr einfach in die Kommentare schreiben. Und wir versuchen, dass es klappt mit dem was ihr wollt. Wir wollen euch zufriedenstellen, ja. Ja, das ist ja hauptsächlich der Grund, dass man ja ein paar Abonnenten bekommt. Dass man dann einfach die Abonnenten zufriedenstellt und die Anforderungen erfüllt. Und ja. Das war jetzt ein lustiger Kill, weil der da irgendwie gekämmt hat. Und ja. Ja, hier gibt's ja nie. Ja, rülpst noch mehr. Rülpst ja. Ja, rülpst ja. Gehafter Alter. Halt gescheit. Egal, aber. Ähm. Was muss man denn genau sagen? Bühne. Das war jetzt nicht. Was? Das war gar nicht ich. Egal. Okay. Ähm. Was soll ich noch jetzt sagen? Ich muss kurz gucken. Wie lange geht es dann das Gameplay noch? Oh mein. Mann. Ich hab mein Knie angeschlagen. Er hat sein Knie beschädigt. Alter, jetzt hört man auf wie man seine Scheiße selber. Also. Das Video geht jetzt schon fünf Minuten. Haben wir es jetzt schon durchgehalten, ohne uns in die Hose zu pissen vor Lachen. Aber. Und jetzt. Chillt mal. Es ist grad 22.41 Uhr. Das Video kommt vielleicht um 9 Uhr. Äh. 9 Uhr. Es kommt vielleicht um so um 11 Uhr. Also das sehen wir noch. Und hier hab ich die AN aufgehoben und bin richtig schlecht. Ich hab grad an seinem Handy gerochen. Ist mir jetzt auch egal. Und. Ja. Ähm. Scheiße. Was soll ich jetzt noch laben? Wir sind in der Hälfte. In der Hälfte. Wir sind halt ein bisschen geile Kerle. Ja. Ja. Das sollte jetzt nicht so sagen. Das ist ein Playboy. Ja. Ah. Natürlich jetzt mal. Das sind versauter Kinder. Ne. Wir machen es jetzt nicht mehr mal von vorne. Es ist mir jetzt eigentlich egal wie gut es ist. Es wird wahrscheinlich noch Musik im Hintergrund sein. Sag mal. Nachher von welchem YouTuber bist du denn Fan? Also einer von meinen liebsten YouTubern ist Viscawasa und Marcel Scorpion. Heißt. Ja. Ich mag die zwei auch ziemlich. Also den Marcel Scorpion und den genauer Name. Viscawasa. Viscawasa. Aber sonst Viscawasa. Der Anton. Der Anton und der Marcel. Und. Ich war ja auch Montana Black. Also. Falls er das hier so sieht. Alter. Und Ello Tricks. Du Hurensohn. Okay. Ist jetzt egal. Nein. Wir hassen die nicht. Das ist ja schon. Spass. Ähm. Ich glaube ich werde jetzt das Rähmchen noch ein bisschen mit Musik hinterlegen. Und ich hoffe wir sind uns beim Liebsten. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020